Willkommen beim Überblick über alle neuen und aufregenden Infos im Karrieremodus von FIFA 23. Wieder einmal habe ich Dank EA die deutsche Skriptversion bekommen und synchronisiere für euch den offiziellen Trailer. Heute geht es also um alles Neue im Karrieremodus von FIFA 23. Lasst einen Daumen und ein Abo da, das würde mich freuen. Ein vertieftes Video mit allen Neuheiten gibt es auch. In diesem Jahr gibt es vieles Neues bei der Spielerkarriere, echter Manager, viele Cinematic-Eindrücke und Gehalt hat nun als Spieler einen Sinn. Aber zunächst sollten wir über die neue Spielerkarriere-Persönlichkeit sprechen. Die Spielerkarsönlichkeit ist eines der wichtigsten Features der diesjährigen Spielerkarriere. Es ist ein flüssiges System, das eine persönliche Verbindung zu deinem Spieler erstellt. Und damit kannst du deinen Charakter auf und neben dem Rasen definieren. Zum Beispiel durch deine Entscheidung, ob du den Ball zu einem Mitspieler passen möchtest oder einen eigenen Schussversuch ausführst. Das trägt dazu bei, deine Persönlichkeit in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Du hast drei verschiedene Persönlichkeitstypen. Jede Art von Entscheidung trägt dazu bei. Also haben wir Mavericks. Sie sind Opportunisten auf dem Rasen, die offensiv Tore verfolgen, individuell Ruhm verfolgen und sie handeln auf Intuition und sie suchen auch abseits des Spielfelds nach Ruhm. Virtuosen sind geschickt und intelligent. Mit ihrer Technik wechseln sie ihre Partien und agieren spontan auf und neben dem Rasen. Und last but not least Heartbeats sind, wie der Name schon andeutet, den Rhythmus des Teams. Sie lesen das Spiel den Gegner einen Schritt voraus. Sie führen vor, abseits des Spielfelds. Wie gesagt, es geht hier nicht nur darum, was du auf dem Rasen machst. Denn auch über die Aktivitäten, mit denen du dich abseits des Spielfelds beschäftigen kannst, sind wichtig. Du kannst einen verletzten Mitspieler im Krankenhaus besuchen. Du kannst einen Sportwagen kaufen. Viele Aktivitäten, die du tun kannst, wirken sich auf deine Persönlichkeit aus. Das Besondere an diesem System ist, dass es sich mit dem Spiel entwickelt. Du kannst also als Maverick beginnen, die wiederum bestimmte Attribute-Boost freischalten, die mit dem Maverick-Spielstil verknüpft sind. So zum Beispiel Attribute wie Abschluss könnte am Ende gestärkt werden, wenn du wirklich als Maverick entwickelt wirst. Als Heartbeat, wenn du deine bestimmte Persönlichkeitsstufe erzielst, werden vielleicht andere Attribute gestärkt. Es gibt also eine Menge Freiheit und ein sich ständig veränderndes System. EA hört halt sehr oft von der Komitee, dass die Spieler mehr Fortschritte erzielen wollen und diese Top-Partien im Laufe einer Saison gewinnen. Aber sie haben einfach keine Zeit, die kompletten 90 Minuten zu spielen. EA möchte wirklich die Lücken zwischen dieser Hingabe schließen, eine 90-minütige Partie zu spielen. Oder es mit einer Schnell-Simulation alles riskieren zu müssen und direkt zum Endergebnis zu gelangen. Und insofern hat EA ein neues Feature mit den spielbaren Highlights entwickelt, welche dir erlauben, nur die Highlights der Partie zu spielen. Das sind diese Situationen, die direkt das Ergebnis beeinflussen würden. Dies hängt auch von der Qualität der beiden Teams ab. Also sehr viele Varianten in einem sehr spannenden Feature, das wie eine Art Highlight-Clip funktioniert. Ab FIFA 23 hat der Karrieremodus auch ein neues Menü. Da ihr als Spieler insbesondere im Karrieremodus viel Zeit im Menü verbringt, gibt es also viele Interaktionen innerhalb der Benutzeroberfläche des Karrieremodus. Deshalb hat EA dies alles für dich neu optimiert und ein neues Interface implementiert, mit der man schnell das erreichen kann, was gebraucht wird. Du kannst dich schneller durchs Menü navigieren und mehr Zeit darin investieren, darüber nachzudenken, wie du abseits des Spielfelds am besten managen kannst. Ein weiteres neues Feature, das in FIFA 23 enthalten ist, sind die dynamischen Momente im Karrieremodus. Ich erkläre euch das mal etwas näher. Wie du weißt, gab es einiges Erfolge zu feiern, wenn es um den Gewinn von Trophäen geht. Jetzt hat EA einige neue Cinematic-Sequenzen hinzugefügt, die sich darauf fokussieren, Vereinswechsel zu feiern oder Spieler zum Beispiel aus dem Kader zu verschieben, um ihn zu verbessern. Aber gleichzeitig hat EA auch auf andere Momente der Spielerkarriere konzentriert. Wenn ein neuer Starspieler bei deinem Verein ankommt, könnte es vorkommen, dass mit diesem Spieler etwas passiert. Oder wenn du in deiner Karriere im Spielerkarrieremodus einen entscheidenden Moment erreichst, könnte das auch ein Highlight werden. Du wirst also einige Fistbumps sehen und viele Momente, in denen du von deinen Mitspielern umgeben wirst. Und es etwas, das wirklich immersiv ist. Es macht wirklich Spaß, so sagt EA. Und genau das zieht dich in das Karrieremodus-Universum, das du für dich selbst erstellst. Von Transfers zu sprechen, ist fast wie eine Kunst, die man beim Spielen erlernt. Wie wird sich das ganze Spiel in FIFA 23 gestalten, wenn wir neue Spieler verpflichten? Das Transferfenster ist eine der aufregendsten Zeiten für uns Fußballfans. Daher hat EA diese Erfahrung im Karrieremodus in diesem Jahr ausgebaut. Sie haben ein neues Transfer-Bewertungsfeature eingebaut, das dir eine Analyse zu allen Transfers gibt, die du gerade abschließt. Nach jedem Transfer wird dir diese neue Feature angezeigt und bewertet, wie gut du als Verhandlungsführer arbeitest oder herausstellt, wo dein Neuzugang am besten in deine Mannschaft passen könnte. Und es würde dir auch Hinweise geben, wie du deine Verhandlungen verbessern könntest. Sorg vielleicht für einen besseren Preis für deine Spieler oder vielleicht sogar einen besseren Deal für die Spieler, die du in deiner Karriere als Manager kaufen möchtest. Und nicht nur die Manager werden klüger. Ein neues CPU-KI-System analysiert all diese Parameter viel intelligenter. Das bedeutet also, dass du sehen wirst, wie dein Gegner viel besser und mit mehr Entscheidungen ausgestattete Entscheidungen treffen wird, je nach dem Ergebnis der verschiedenen Spielsituationen. Wenn ich eine Partie dominiere und ein, zwei Tore erziele, könnte es vorkommen, dass dein Gegner offensivere Auswechslungen vornimmt, um wieder ins Spiel zurückzukommen. Und das kann nun eine neue Auswirkung auf eine Langzeit-Karriere haben. Endlich und lange gewünscht gibt es nun authentische Manager im Karrieremodus. FIFA 23 ermöglicht dir endlich die Möglichkeit, in die Schuhe einiger der berühmtesten Manager der Welt zu treten. Ihr könnt euch für einen beliebigen, der authentischen Manager entscheiden, die EA im Spiel hat. Und du kannst sie an die Spitze des aktuellen Vereins stellen. Ordne sie einem anderen Verein zu, falls das ein Szenario ist, das du spielen möchtest, oder lass sie sogar einem Verein übernehmen, den du auch selbst erstellst und managst. So kannst du deinen Manager wählen, sein Aussehen anpassen und deinen Verein zum Erfolg führen, in den Schuhen einiger der bekanntesten Manager der Welt. Das sind einige Neuheiten zum Karrieremodus. Aber alle Neuheiten, kompakt zusammengeführt für dich, gibt es in einem eigenen Video von mir. Danke an EA für die Chance, auch hier den Trailer auf Deutsch zu synchronisieren zu dürfen. Lasst doch einen Daumen und ein Abo da und schaut mal bei meinem neuen Kanal CoachDiko vorbei. Da wird es auch in Zukunft FIFA 23 Sachen geben. Das geht nicht. Deathslehens. Vielen Dank.